Heute, was geht ab, Leute? Timo mit dir. Heute mit deinem Gast. Dein Gast, wie heißt du? Isabelle. Der erste Fall ist, wieso spielst du überhaupt Yugi? Oder wie kommst du auf das Thema Yugi zu spielen? Ja, früher gab es ja den André. Da habe ich immer geguckt. Aber eigentlich eher mit ihrem Freund. Genau. Der hat gesagt, super. Und dann hat er gesagt, ich habe ein ganzes Deck. Ich halte das mal Deutsch-Deck. Und die sehen eigentlich ziemlich glücklich aus. Genau. Ich glaube, das ist mein erstes Jahr. Seit wann spielst du schon ungefähr? Das ist quasi mein erstes Jahr hier. Erstes Jahr? Also nicht lang? Ich glaube, ein Monat oder weniger? Nein. Ganz frisch, oder? Ganz frisch, oder? Okay, gut. Und wie bist du denn schon in das Game reingekommen? Kannst du schon alle Rulings? Kannst du schon alle Bekte? Kennst du fast alle Karten? Nein. Oder kennst du dich doch nicht so gut aus? Nein. Also da kenne ich mich gar nicht aus. Ich frage den ersten Mal, die Leute mal zu spielen, was der kann. Okay. Ich frage den ersten Mal, dass sie mir das quasi erklären können. Die Karten. Sehr gut. Wie gefällt dir das Spiel bisher so? Ja, ganz gut. Also, ich kann nicht, dass ich halt neu bin. Macht man halt nur einen Fehler. Das ist ganz normal. Das ist ganz normal. Hast du schon heute ein paar Runden gewonnen? Eine hast du gewonnen. Eine hast du gewonnen? Nicht schlecht. Und was spielst du so heute? Eine Karten. Eine neue Stücke, ja? Genau. Willst du uns mal ein paar Karten zeigen, wie du das Deck spielst? Oder was du Besonderes spielst an dem Ding? Oder weil hier Karten oder Lieblingskarten sind? Ja, ich spiele halt quasi die Klassiker. Ja. Und man hat halt... ...ten Tesseln ... ...den Eisensort locken ... ...Panferkümmel ... ...Dust ... ...¤ ... ...Fanferkümmel ... ...Greiechen ... ... und ein bisschen ... ... oder sie hat eine Magelene ... ... die Gauerwaffe ... ... und die 만들ung ... Und das Deck hast du gespielt, weil du schöne, süße Monstern aussitzen? Ja, weil sie süß ausschauen. Ja, am Deck ist ja nicht schlecht. Kann immer Uzi Kapuschen nehmen. Ansonsten, ja, sehr gut. Bist du eigentlich jetzt, also wirst du weiter bei Yugi bleiben, oder? Also wirst du weiter spielen, mehr lernen und so, oder? Ja, auf jeden Fall mehr lernen. Kennst du dich jetzt auch so ein bisschen mit anderen Decks aus? Oder überhaupt gar nichts? Äh, doch schon so ein bisschen. Ein bisschen? Also mein Freund spielt zum Beispiel im Bonagendecks. Okay. Und haut mich regelmäßig damit weg. Also du spielst dann auch immer schön zu Hause, regelmäßig, oder wie, oder? Also regelmäßig jetzt nicht. Ja. Aber wenn wir halt einfach Lust haben beim Spiemer, dann habe ich meistens immer keine Lust mehr, weil er mich dann mal gleich fertig macht. Aber... Und willst du auch mal vielleicht was anderes spielen, außer jetzt das da, oder? Ähm, ja. Ja. Also... Also... Mit Mixen-Richtungs-Decks überhaupt jetzt nicht sein. Ja. Das eventuell dann erst irgendwann nicht spielen. Okay. Kennst du dich auch so ein bisschen mit Preisen auch so? Mit Yugi-Oh-Karten und Preisen? So was über Karten wert sind? Halb, halb. Ja. Ja. Und wenn du dann hörst, dass die da 60 Euro aus Anfang gekostet hat, dann denkst du so... Ja. Genauso, äh... Der Künstler-Kumpel-Pennel-Zauberer, der ist auch so teuer. Ja. Ich weiß nicht, Max C oder so, die ist ja auch so total teuer. Ähm... Die Magellene zum Beispiel, der kostet auch 125 Euro. Ja. Dann denkst du so... Ah, der kriegt dann so viel Geld für Karten aus. Ja. Ja. Also du hast dich schon ein bisschen geschockt eigentlich so? Ja, ja, schon. Okay. Eigentlich sind es schon verrückt, dass die Leute da fahren zu gehen. Aber sonst, trotzdem willst du weitermachen, oder? Ja. Weil es nur Spaß macht. Also ein Hobby-Mäßig eigentlich, ne? Ja, Hobby-Mäßig. Und besorgt es euch die Karten eigentlich immer einzeln? Oder... Du hast vorhin gemeint, es gab ein Display. Kauft ihr euch öfters Displays, oder? Keis-Tiles. Also manchmal... Oh... ...kauft es manchmal nur Displays. Okay. Und wenn ihr halt eine Karte ziehen willst, die jetzt halt feierliche Schlagteile eigentlich ziehen. Ja, ja. Ist schwierig, oder? Ja. War leider nicht immer mit dabei. Ja. Ah, schade. Und ansonsten, ja, muss man halt schauen, ob man das vielleicht noch lieber kauft, weil es wahrscheinlich günstiger ist, als wieder auf Display zu kaufen. Was sei denn so von den Leuten bisher? Also man hört ja immer so... Hat man immer so ein paar Vorurteile? Bei den ganzen Jugelspielern, dass sie sich nicht waschen und duschen und so was. Dass sie an ihnen auch schauen, wie gut die sind. Die ganzen Nerds, oder? Nein, aber... Von der Location an sich, sonst ist es ja auch neu. Ich sehe dich jetzt zum ersten Mal hier. So ein bisschen drauf, komme ich euch wahrscheinlich vor. Nein, das legt dich einfach vor. Ne, also... Die sind schon alle nett, aber ich glaube, die sind schon sehr, sehr schüchtern. Also so, gegen die ich jetzt gespielt habe, die habe ich erst mal angeguckt und dann hat man sich wahrscheinlich gedacht, oh... Ja. Und dann sitzt mir erstes Mal ein Mädchen gegenüber und zweites Mal... Warum ist die Vier da? Also... Deswegen wahrscheinlich, ja. Weil man einfach halt nicht... nicht viele Mädchen oder viele Frauen halt für diesen Spieler sieht. Aber deswegen... auch immer schön halt, dass neue Leute anfangen wollen. Also ich habe mal in den YCS die ersten drei Kunden gegen ein Mädchen gespielt. Du? Alle drei erst rum? Ja. Ich habe nicht mal in den YCS mit dir... Und dann hast du 0-3 gedroppt oder was? Ja, so wie jedes Mal immer noch. Ich habe die Legende schon gehört. Wir suchen dich. Und hast du verloren oder gewonnen? Ja, ich habe erste Hunde verloren. Wolltst du ja dann auch so auf größeren Events fahren oder nur erst mal so kleine Sachen? Ja, erst mal... Da ich jetzt... Ich weiß nicht, mein erstes Turnier ist, erst mal ein bisschen kleiner anfangen, aber... Aber so an sich... Das Ziel an sich so... auch mal auf ein größeres... Ich denke mal... Oder... Ich habe deutsche Leibnisch. Ich glaube, ich kann dich noch ein bisschen kontrollieren. Das macht er nicht so. Hinfahren, Spaß haben... Ja... Ich brauche noch ein bisschen mehr Spielerfahrung. Mein Jong fährt auch so hin. Ohne Spielerfahrung. Das musst du ja leider. Es ist halt doch... Am Anfang macht man schon ein paar Fehler, wo man sich denkt... Ja, warum hast du das jetzt gemacht? Ja, aber das ist normal. Ja, das ist normal. Also findest du das Spiel schwer? Oder... Geht schon? Nö, es geht eigentlich nicht. Wenn du jetzt gegen ein anderes Deck spielst, zum Beispiel... Musst du dir da viele Karten immer durchlesen? Oder kennst du schon eigentlich... viele Karten oder alle? Ja, so... Sachen... Ja... Es ist schwierig. Eigentlich kenne ich fast keine. Ja... Und dann bin ich mal ganz froh, wenn sie mir dann quasi den Text von denen erklären. Ja... Ja... Es dauert zwar länger mit den Eltern, aber... Okay... Mein Freund hat es versucht zu erklären, aber es ist nicht ganz so leicht. Okay... Da musst du ein bisschen reinkommen. Das ist noch ein bisschen schwer. Ja... Wie sieht es aus mit den Ausrüstungen und so? Hast du irgendwelche Ausrüstungen schon? Weiß so... Von... Ordner... oder Couchkarten oder sowas? Hast du schon sowas angeeignet? Oder... Naja... Also im Endeffekt ist ja quasi das nur mein Deck und quasi die Karten, die ich von meinem Freund geschenkt habe, noch ein bisschen, weil sie selber gekauft habe. Er hat ja schon ziemlich viele. Und sagt dann hier, nimm das noch in deinem Leben ein und probier mal das noch mit aus. Und so... Ja... Okay... Ich kann es nicht kaufen, aber... Muss ich mal kaufen. Im Internet. Gibt auch... Gibt auch ganz süße Spielmarten. Ja... Ja... Auch von denen zum Beispiel. Auch von denen gibt es auch. Gibt es auch von allen Motiven bei denen mal. Muss ich von meinem Internet schauen. Ja... Auf jeden Fall danke für dir, für das Interview. Ja, wir finden immer schön, dass auch mal Mädchen und Frauen zu diesem Spiel finden. Ja, auch Spaß haben. Finde ich... Finde ich... Finde ich... Wir supporten alle Spiele, die neu anfangen. Das ist kein Problem. Wir helfen denen auch. Karten zu besorgen und sowas. Tati Tutorials. Tati Tutorials. Kennst du auch noch. Ihr könnt auch ein bisschen Strategien entwickeln und lernen. Ansonsten viel Spaß noch beim Spielen. Dankeschön. Genau. Nicht leiden. Nicht leiden. Auf jeden Fall. Wenn ihr was brauchst, abonniert unseren YouTube-Channel einfach. Genau. Und dann nennst du auch ganz viele Videos. Und du siehst auch deine Videos. Möchtest du noch jemanden grüßen? Seinen Freund. Seinen Freund. Was geht ab Leute? Ich hoffe euch hat das Video gefallen. Wie immer. Like, subscribe, kommentieren. Erzählt uns was ihr von unserem Video heute. Ansonsten, wenn ihr mehr über uns erfahren wollt, checkt unsere Facebook-Seite da. Und natürlich unsere Sponsoren. Alles unten in der Beschreibung. Und ansonsten bleibt am nächsten Mal. In der Beschreibung. In der Beschreibung. Nach dem, wenn ihr fehl und nur ein paar Sachen Teamsatzen kam. Ich bin sch�니다. Ich habe den Rückmärmel und mehrere Teams mit einem hier Gondos ,